Dieser Ford Transit Sustum ist hier zum Verkauf angeboten. 9 Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Wind Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Start-Stop-Automatik, und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis 2 3 4 5 4 5 6 Bis zum nächsten Mal.